Ich lerne Deutsch. Nummer 15.550 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Forscher benutzen Mikroskope, um winzige Dinge zu untersuchen. Forscher benutzen Mikroskope, um winzige Dinge zu untersuchen. Wir können das optimieren, ohne mehr Geld auszugeben. Hört meine Vorschläge dazu. Wir können das optimieren, ohne mehr Geld auszugeben. Hört meine Vorschläge dazu. Meine Motivation für die Arbeit in diesem Unternehmen ist es, mich weiterzuentwickeln und meine Karriere voranzutreiben. Meine Motivation für die Arbeit in diesem Unternehmen ist es, mich weiterzuentwickeln und meine Karriere voranzutreiben. Es ist unhöflich, andere während eines Gesprächs zu unterbrechen. Es ist unhöflich, andere während eines Gesprächs zu unterbrechen. Es ist unhöflich, andere während eines Gesprächs zu unterbrechen. Jemand spricht und jemand unterbricht ihn ohne Rücksicht auf Verluste. Heute habe ich ein Paket mit einem Geschenk erhalten. Ich muss es noch auspacken. Heute habe ich ein Paket mit einem Geschenk erhalten. Ich muss es noch auspacken. Heute habe ich ein Paket mit einem Geschenk erhalten. Ich muss es noch auspacken. Hier wurde nicht richtig gearbeitet. Das müssen wir korrigieren. Diese Schubkarre rollt mühelos auch über unebenes Gelände. Diese Schubkarre rollt mühelos auch über unebenes Gelände. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Like. Vielen Dank.